Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr seht habe ich hier eine Riesentruhe, die habe ich bekommen, die könnte, da kann ich richtig, eigentlich, ich glaube der war es, irgendwas ist richtig neues, Schnelligkeit, warte mal kurz, nehme ich jetzt auf, ja gut, das ist mal ein bisschen kacke und seht ihr schon fast seinen ganzen Topf. Wir kommen ohne meinen Hauptpush aufzupacken, das wurde dann kritisch, doch das, ich glaube der hat einen Miner, oder, nein das war ein anderer Kampf, denn ich habe jetzt, glaube ich dann zweimal hintereinander gegen einen Miner gekämpft, das ist jetzt wieder so ein Push, den man machen kann, jetzt hat er die Skelette, ich glaube ich den Spiegel nie merkt. Und dann habe ich mich so einfach so, dass die irgendwie nicht so eingefallen ist, weil dann einfach scheiße war. Und zu dem Zeitpunkt sieht man auch schon natürlich den Fass vom Daumen hin, da hat kein Direct Damage drin und dann ist das gemeint, das war es hier dann glaube ich, schade, dass man das nicht mehr sieht, aber noch mit dem Spiegel, da geht ein Eis. Ich habe hier jetzt noch die Haustür, da hat sich die Haustür, da hat sich schon verloren, da ging meine, und ja, ל�ate gut. Entschuldigt, meine Oma, versteht das hier, ich habe ein neues Deck, habe ich auch gerade heute gemacht, kein Angebot, jetzt kommt sie noch mal. So, das war jetzt noch erklärt und ich habe ja gerade eigentlich die Hausung fertig gemacht und dann ist man sagen, ich bin in den Kampfhässel, ich bin jetzt nicht mehr in der 7, schade, schade, aber da gehen wir leider kurzer Sinn. Dann fangen wir an, ich bin so zum Rat, ich möchte jetzt um das Hetze mit der Tasche, ja gut, gut, das ist jetzt eigentlich so riesig, quasi verkackt, jetzt kommt der Riese, nein, kein Bock, kein Hock, okay, das war jetzt, oh, der hat den Funky, okay, easy, Funky. Das macht der, oh, der hat keinen Hock, ich habe halt wieder keinen Hock, ey, sowieso, weg, das passt schon, und lange Dinge, ich lege doch den Scheiß, mein Mann, denn meiner ist einfach zu overpowered, kapitel, woher ich jetzt jetzt, lass da hin, lass da hin, lass da hin, lass da hin, lass das, Ich bin jetzt nicht ernsthaft auf das gegangen, was ich gerade gesehen habe. Also, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr so weitelang ein Video machen, wenn man im Homepack kommt, das kommt schon wieder sehr schön, Funky. Hier sind die, hier sind die, hier sind die, hier sind die, hier sind alles. Ja, ich verloh, es ist ein Tier, ich kauf hier ein Tier, gibt es ein. Gutes Spiel. Ja, ich bin dann nicht so weit. Das ist ein Dairy-Dinger. Wann trage ich mich jetzt eigentlich auf? Ja. Sonst haben wir jetzt einfach noch einmal eine halbe Minute. Und hoffentlich schaffen wir jetzt das. Oh mein Gott. Das ist wieder echt die Scheiße, ne? Nichts jetzt zu zocken, eigentlich direkt nach draußen. Perfekt. Guter Gott. Guter Gott, der Junge. Also ich muss immer applaudieren für diesen Gott. Und du hast einen coolen Feuerball. Also... Der paar Tausend sind wir, oder? Ich glaub schon, dass wir jetzt nicht die paar Tausend sind, dann... Du musst dich nehmen, okay. Easy, denkt er sich. Aber... Was ist Easy? Das ist ein Easy-Jugel. Den muss ich... Easy sollte sein. Wird halt, das war ich jeden Tag. Das ist so schlecht. Jetzt kommt mein Liecher. Jetzt kommt mein Liecher. Nein. Jetzt kommt mein Liecher-Pusch. So. Das ist so schlecht. Und das ist so schlimm, oder? Das ist so schlimm, oder? Das ist so schlimm. Da ist so schlimm. Du hast... Du hast... das Feuerball. Du hast... Ich bin so ein Push, wer wohnt jetzt ein Push und wie hieß es, der kann ich nicht tun? Die Phrase. Was ist das eigentlich? Weil der Tag, dass meine Phrase richtig überbaut, schnell taunt geht. Wie habe ich gesagt? Oh, komm, das ist schon ein Thema. Ich bin so ein Thema. Ich bin so ein Thema. Ich werde vielleicht ein bisschen leiser, als bin ich hier nicht so gewohnt. Okay. Ich bin so ein Thema. Ich bin so ein Thema. Ich brauche diese Scheiße jetzt. Ich brauche nur mit dem Tag, damit ich 2 Uhr raushole. Issy Braus, denke ich. Issy, ich bin ein Brau. Brache, genial. Die Heimput, der... Die Heimput. Der braucht... Der hat den Recht verbracht. Bitte, bitte, bitte. So teppert. So, oder... A-K-K-D-E-B-A-N-T. Alter. Heiß auf. Ja! War nicht! Ja! So schlecht! Er hat die Polizei nicht mehr gemacht. Da hat er so einen Pfeil oder was er immer nur eingekappt, das er damit verwendet hat. Easy. Ich bin kaum in die Tür. Wenn der Dieb so richtig ist und auf der Irrung gemacht. Bläh, 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 bläh! Was ist? Okay. Seid pushen. Seid lieb, Diddy. So, halt. So easy. Jetzt musst du dich fuhren. Die Scheiße gibt gleichs gewesen. So pushen. So, schon mal ein bisschen. So. So. So ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Alter, man hat sie... Okay, so. So. Was geht jetzt denn? Was? Was? Es ist so anstrengend gegen solche Leute zu spielen. Ich muss jetzt... Ich muss ihn... Und... Mal geht's auch... Oh, oh, oh. Oh, oh! Oh! Okay, Alter! So, das wunder ich. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! ist einfach so easy easy mit meinen Decks ohne Kohlen diesmal war es dann Mini Becker so jetzt kommt die Tester weg das ist ein bisschen komisch oh scheiße und jetzt muss ich wieder auf Pause ok ich hasse das jetzt irgendwie so bleh 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 weiter dann denkst du dir bleh weiter ok der Kolumb explodiert ja nein nicht zu lassen los Kolumblos los Kolumblos los was ist sie gleich pushen gleich pushen jetzt musst du gleich pushen los 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 Leidseits des Stoß-Oferin-Drei No Joke Fast einfach hier Das da weggeholt wird Ist ein Freak-Meer Da kommt das Da kommt das Aber hier läuft noch ein bisschen die Rivas Da läuft noch 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 Da habe ich keinen Verstehen Das ist das Drei 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 I like the rolling, it's like the fireplace, when life is low it is like the snowflake, I like the fireplace, when your hair is low du 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 Okay, entschuldigen die Leute, dass ich jetzt hier so singe. Ich hab mir so voll überhoben, von dem wir wehen. Wir haben uns hier schon viel mehr zu mir gemacht. So, schon ein kleiner Lüder. Und jetzt nochmal. Was geht hier? Diese Hände. Tja, genau jetzt, wo ich sie brauche. Ja, hab ich sie nicht mehr. Perfekt. Wirklich perfekt. Ich sie denk immer. Entschuldigung. Entschuldigung. Wie ist sie? Wie ist sie? Jiii. Megalakei, wow. Kann man machen. Kann man machen. Ist ja nicht schlimm. Megalakei ist ja nicht sach. Oh wirklich. Megalakei ist nicht sach, ja Leute. Die Megalakei ist nicht sach, ja Leute, die Megalakei ist nicht sach basic. Das kann keiner. Oh, Alter. Mäh, Alter, mäh, mäh, wieso fliegt das? Irgendwie. Das wäre ich hier im Reisant. Und das ist der letzte Kampf. Oh ja, Alter. Ich habe nur Bock jetzt gerade weitergeklagert. Um ein Video rauszuhauen. Aber auch noch mit dem, 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 mit dem Video. Alle gerade so stehen, stehen. Oh, Alter. Füßdrechseln Möbell? Ja dann... Möbell? Mausche? Möbell? 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 Äh... Hör derzeit einen Lichter so... HÄÄÄÄÄÄÄÄÄH? Was da? Wie hat der das gerade weggeholt? Wie, Alter? Okay. Kann er machen. Kann er machen. Soll er den Busch verteidigen? Soll er den verteidigen? Hier ist ein Laberhund. Das ist ja du. Ich verteidige seinen Laberhund. Ich verteidige ihn. Ich Ecuador. Und meine Safari läuft hier. Keine Ahnung. Der Nubi ist ein Nubi! Bauch! Du hast gewonnen! Du hast gewonnen! Ein Nubi ist ein Nubi! Der Nubi ist ein Nubi! Zurück! Du hast gewonnen! Du hast gewonnen! so 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 er muss zerst er muss zerst sterben so 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 nein nein und das Spiel das ich hoffe euch hat die Folge gefallen in neun Stunden werde ich das dann öffnen mit euch und keine so habe ich noch keine mehr gesehen was ich mit dem motherfucking tatsächlich bekomme ich verstehe es nicht schon hier ist der motherfucking weißt du wie ist der weißt du weißt du ich war reno sie nein ich hoffe ich hat die Folge gefallen bis bald